Heyo Leute was geht? Also ihr könnt erraten wo das ist. Dies ist in Fischbach. In Fischbach. Aber wie geht es euch ihr Kleinen? Hallo. Bye. Das war gerade der Sue Good OT. Heute sind wir in Fischbach und ich nehme das gerade in der S-Bahn auf. Deswegen ist es ein bisschen laut hier. Ja hier sehen wir erstmal eine Weckponsche, die auf dem Güter zum Platz durchfährt. Und dann haben wir eine S3, die uns auch schon weniger kennt, aber das hier leider nicht mehr in dem Video. Übrigens in RealLife-Hackern links neben uns an ICE. Ja das ist eins durch, ne? Das ist ein ICE. Und während hier die S3 einfährt ins Fischbach, genieße ich erstmal kurz den Zorn. Das war die Ansage während wir hier wieder in ICE 3 sind. Und übrigens fragt nicht der links in der Ecke, das war ein nicht kinderfreundliches Zeichen, was der zum ICE hinterher gerungen hat. Aber das war eigentlich nicht. Und dann wieder eine Rula 85, schätze ich mal. Während wir hier gerade in RealLife in Nürnberg-Dürrenhof einfahren, fährt hier eine 185 Grad durch. Und wir gehen zum Nürnberg-Dürrenhof und machen da Videos. und machen da Videos, tatsächlich. Oh, tatsächlich. Ah, rote Sound gelesen. Oh, da fährt der Tapfen! Bravo! Was ist das? Okay, jetzt sehen wir jetzt als nächstes. Äh, was ist das? Anice ET, der glaube ich, schätze ich mal nach Wien gerade fährt, oder? Ja, da war das nach Wien. Äh, Anice ET, jawohl. Oder mit Nike Technik? Gar nicht. Nur zur Info, dieser, BIIIIIIIIIIIIIP, hat mich gewunken. Und das war's mit dem Video. Ähm, äh, wenn's euch gefallen hat, mit diesem speziellen Video, während wir grad von der Begröckung abfahren, dann lasst es bitte ein Like da und ich brauche Likes und Abbausdessen. Abozüge, tschüss! ...mag ist auszuschreiben. Sie haben folgende Anschluss.